Dieses Video dient nur zur Unterhaltung. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar Sie haben auf ein Medikament Nebenwirkungen? Dann sollten Sie das hier tun. Risiken und Nebenwirkungen kacken Sie auf die Packungsbeilage oder schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. So, Spaß beiseite. Ich wollte mich bei YouTube einmal bedanken. Zuerst einmal möchte ich mich beim Veranstalter selbst bedanken. Der Chef hier heute Abend. Er ist wirklich sehr nett. Man muss ihn einfach gern haben, sonst schmeißt du einen raus. So und dann habe ich Nachrichten gelesen in meinen YouTube-Account und jemand wollte sich mit mir treffen. Sein Name ist Tanzverbot und er wollte unbedingt auf mein neues Klettergerüst drauf. Meine Antwort dazu war nur noch Dann runter Sie schleimiger, unförmiger, von dem Wal rausgeschissener Haufen Scheiße! Gehen Sie verdammt nochmal runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter! Sonst reiße ich Ihnen die Eier ab, damit Sie nicht den Rest der Welt verfesten! Nachdem ich zwei Minuten nicht hingeschaut habe, hörte ich nur noch Und am gleichen Tag ist Tanzverbot verstorben. Verstorben! 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 Und noch am gleichen Abend habe ich mir nichts Böses gedacht und bin dann in meinen YouTube-Channel gegangen Und hatte sehr viele Nachrichten Eher ziemlich viele Beleidigungen Wie so auch immer Foulpelz, Frechdachs, Bissen, alter Drecksack Sitzenbleiber, Sklaventreiber, Wadenbeißer, Hosenscheißer Impotente Eierkopf, Pleitegeier, Fettmops Mistfing, Schandfleck, mieser, fieser Scheißdreck Blödmann, Schrauchdieb, blödes, altes Rindvieh Lustmach, Scherzbold, schmachköpfiger Unhold Abfall, Albtraum, widerlicher Abschau Läpp mich, verpiss dich, ungezieht vermisst Fisch So, dann wollte ich mal Danke Sagen und Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst doch einen Daumen nach oben da Kommentieren, abonnieren nicht vergessen Und ciao 그런 DIN ER Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.